Kein Bock mehr, ich will nach Hause. Aber ich will nicht. Aber lass mich doch. Oh Mann, aufwachen. Jetzt sofort. Neue Maschine für dich. Es wird auch netter. Weg. So, was wollt ihr? Motor ohne Funktion. Wie ihr hört, hört ihr nix. Ihr Bauchfutter ist auch kaputt. Komischer Scheiß. Der riecht so scheiße. Hat er da mit Zwiebeln umgerührt oder was? Ja, das ist definitiv kaputt. Bekommt ihr kompletter Austausch. Ich will nach Hause. Fahr mich nach Hause, bitte. Was willst du von mir? Ich will nix reden. Lass mich nur. Komplett neuer Schrauber. Es ist nur dieses Teil und das Teil noch geblieben. Jetzt habe ich vergessen, wie ich heiße. Bin ich jetzt zu Roland mutiert? Die Nerven schon blank liegen, ne? So. Alles gut. Akkus sind leer. Ich bin leer. Ich verpress mich. Ich rauch jetzt eine. Ich rauch jetzt eine. Vielen Dank.